Mit dieser kleinen Übung, die ihr euch am Morgen auf dem Handy anschauen könnt, könnt ihr Stressresistenzen entwickeln und werdet jederzeit einer gemütlichen, stressfreien Situation auch bei angespannten Verhalten vermerken können. Schließe du und alle weiteren, die sich mit der Situation vertraut fühlen, nun die Augen und begebt euch auf die Reise gedanklich mit dem Strahl. Er wird sich im gesamten Körper verteilen und die wohlige, angenehme Energie wird bei dir einen positiven Effekt vermerken, der dich durch den gesamten Tag mit positiver, gelaunter, Freshness, erwartenderweise überraschen darf. Ich starte nun mit der Übertragung und werde gleich nach kurzer Zeit den Energielevel erhöhen. So, da bin ich wieder. Nun bist du wieder einer wie wir alle, der, der in der Lage ist, das Leben vernünftig mit guten Worte im Gedankengang zu durchdenken. Viel Spaß mit deiner neuen Energie.